Ja, hallo. Hier wieder InterGeo 2019. Wir sind jetzt am Stand von GeoSlam. Ich habe hier Mario von meiner Firma mit dabei und Ivona. Sie wird sich dann noch selber vorstellen und auch das Gerät, was wir hier sehen. Ivona, willkommen zu GeoSlam Boost. Willst du dich selbst und was wir hier sehen? Vielen Dank. Ich arbeite in GeoSlam als Application Engineer. Wir sind in Nottingham, in der Hauptoffice von GeoSlam. Und dieses Jahr haben wir ein neues Produkt, Discovering, die ich vielleicht noch ein bisschen mehr erzähle. Okay. Discovering ist die gesamte Lösung. So die andere Partei, es gibt einen Zepp Horizon. Es ist eine Qualifizierung von GeoSlam. Es ist eine Qualifizierung von GeoSlam. Sie können die Systeme, die Handheld-Sollutionen, es ist leicht, klip es auf, oder mit einem anderen Malen, wie mit dem UAB, mit dem Datalogger. Es ist einfach klip. Und ich finde, es ist ein NC-Tec. Es ist eine 360-Emmetrie. Und wir haben ein Post-Processing Software, mit dem Lapp, mit dem Lapp, mit dem Lapp, mit dem Lapp-Sollutionen, mit dem LIDAR-System. Und die Kamera ist integriert und mit dem Lapp-Sollutionen. Und wir haben auch mit OrbitGT mit dem Lapp-Sollutionen, mit dem Lapp-Sollutionen. Mit den Daten auf den Lappen von DISAV und dem Lappen. auch den GPS, um den Daten auf dem Lappen, mit dem Lappen. Georeferenzung des Kontrollen und die Urbiten. Demklar Vielen Dank.